So Leute, was geht da raus? Der Onkel Zocke hier am Start. Halli-Erlüchen. Vielleicht für den einen oder anderen ist das vielleicht etwas Interessantes. Und zwar habe ich 10 Euro bezahlt, wie ihr sehen könnt. Hier, ups. Bei Real Supermarkt. Hier bei uns in dem Fall im Detmold. Hat es mir 10 Euro gekostet, statt, wie ihr sehen könnt, statt 75 Euro, habe ich 10 Euro bezahlt, dass ihr das wirklich hier seht. So, heute haben wir den 16.06. 16.22. Das Video werde ich jetzt sofort hochladen. Und ja, wie gesagt, es hat mir 75 gekostet. Ist zwar nicht das besondere Spiel, aber für 10 Euro kann man nichts Falsches machen. Also wenn ihr was haben wollt, guckt mal bei euch beim Real. Vielleicht habt ihr das auch ein Angebot. Und ja, ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Und hier ist die CD natürlich, dass ihr auch das wirklich seht, dass sie das hat. So, ich wünsche euch alles, alles Gute. Haut rein, euer Onkelzock. Ciao.